Lernt euch kennen, sprecht miteinander, diskutiert miteinander, tauscht euch aus. Am besten entwickelt gemeinsam schöne, spannende neue Ideen und gestaltet die Zukunft. AI macht Fiktion zur Realität und zwar genau jetzt. Das Thema Blockchain ist im Moment in aller Munde. Das heißt, an fünf Stellen wird ein Logistikprozess initiiert. Wenn ihr den erkennt, kriegt der erste oder die erste das hier. Excel, ade, Machine Learning, Juche. Das, was ja gerade passiert, wenn man darauf verzichtet, auf diesen Vorkast, da kann man gleich das Fenster aufmachen und das Geld rausschmeißen. Ich habe den Algorithmus dann angeschaltet, dann gab es einen Weltrekord. Ich kam im Vorstand von einem DAX-Konzern auf mich zu und sagte, ah Blockchain, Riesenthema, machen wir auch. IoT haben wir jetzt abgeschrieben, wir machen ja jetzt Blockchain. Kompletter Quatsch. Gerade als ich den Fernseher anmachen will, klingelt die Tür. Was jetzt passiert, kann ich euch leider nicht erzählen, weil die Zeit vorbei ist. Wir hoffen, dass ihr alle tolle neue Anregungen mitgenommen habt, die Köpfe voll sind und dass wir alle jetzt ein Jahr Zeit haben, um die umzusetzen. Und dann treffen wir uns alle nächstes Jahr genau hier an dieser Stelle wieder.